Leute, willkommen zum zweiten X-Defined Video für diesen Tag, für den 29. März. Wundert euch nicht, dass ich jetzt über Sachen rede, die in den nächsten Tagen, ich habe nämlich heute vier, vier, da, vier, klar, ich habe heute vier X-Defined Videos vorproduziert, eins ist schon online, aber jetzt kamen diese Informationen frisch rein, über die ich natürlich in den vorproduzierten Videos, die in den nächsten Tagen kommen, nicht rede. Also falls das für euch ein bisschen konfus ist, wenn ihr in den nächsten Tagen nochmal einschaltet und euch dann wundert, Mensch, du hast ja gerade vor zwei, drei Videos noch darüber gesprochen, dass es einen zwölfstündigen Server-Stress-Test geben wird, an dem wir fast alle teilnehmen können. Und genau das ist Inhalt dieses Videos. Vor wenigen Stunden kam dieser Post und es gibt einen, das betone ich nochmal, zwölfstündigen Server-Stress-Test, der die Server darauf vorbereiten soll auf den Launch. Es ist sozusagen ein Launch-Test. Sind die Server soweit fit, um den Launch zu bestehen? Und das ist jetzt der Test. Zwölf Stunden lang können wir auf den Next-Gen-Konsolen, PS5, Xbox Series X und S und dem PC, die Server auf Herz und Nieren prüfen. Und ich kann nur hoffen, dass da auch jeder mitmacht. Sie bedauern, und das schreiben sie auch in diesem Post, sie bedauern, dass es Ende März leider nichts wird. Jetzt kommt auch offiziell mal die Bestätigung, dass es Ende März eigentlich sein sollte. In einer der Folge-Videos rede ich über einen vermeintlichen 15. April gelegter Release. Wie gesagt, da waren diese Informationen, über die ich jetzt rede, noch nicht bekannt. Aber für mich macht es jetzt nicht unbedingt Sinn. Kann natürlich sein, dass es trotzdem ein finaler Release 15. April... Habe ich jetzt März gesagt oder April? Natürlich 15. April. Aber jetzt wird dieser Test angekündigt. Und wenn der natürlich nicht gut verläuft, können wir uns von diesem Datum natürlich auch verabschieden. Denn sie schreiben auch weiter, wenn diese Daten gut verlaufen oder der Stresstest gut verläuft, hoffen sie aus den Daten endlich einen finalen Launch-Tag, einen Release-Tag zu nennen, der dann in Stein gemeißelt scheint. Und das klingt nach einer richtig fetten Sache. Wie gesagt, weltweit können dann alle, die eine Xbox Series X oder S oder eine PS5 haben oder einen schönen PC, können dann X-Define für 12 Stunden lang zocken. Wann genau dieser Tag ist, kann ich leider noch nicht sagen. Das wird nicht erwähnt. Aber ich werde euch 100% auf dem Laufenden halten. Also vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ganz, ganz wichtig. Ich werde euch so schnell wie möglich informieren. Und ich gehe auch davon aus, dass wir so 2-3 Tage vielleicht vorher erfahren, wann dieser Test ist. Ich glaube nicht, dass jetzt, übrigens, wir sind jetzt online schon seit 2 Stunden, wir es noch nicht gecheckt haben. Das wird nicht passieren. Und Ubisoft hat auch versprochen, wenn dann final das Spiel rauskommt, da dachten nämlich einige, dass das, wie nennt man es, ein Shadow-Release oder so, keine Ahnung, dass es nicht angekündigt wird. Und zack, es ist halt einfach online. Das soll auch nicht passieren. Also verpasst da niemand etwas. Bleibt also am Start. Ich informiere euch, wenn es da genaue Daten gibt, wann der Stresstest ist. Ich hoffe an einem Wochenende. Das macht nur Sinn. Und wenn dieser Test vorbei ist, sage ich euch natürlich auch, wie der verlaufen ist, sobald es da die ersten Daten gibt. Und wir hoffentlich wenige Tage nach dieser ganzen Geschichte endlich ein Release-Datum bekommen, der dann auch endlich mal eingehalten wird. Leute, ich wünsche euch verdammt geile Osterfeiertage. Bleibt gesund und bleibt hier am Start. Würde ich mich sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.